Ich bin Max Rong, bin 18 Jahre alt und ich habe heute Plant Break mitgebracht. Das ist die Fertigmischung für deinen perfekten Fitnessriegel. An so einem normalen Gemüse-Riegel gefällt mir nicht, dass da meistens sehr viel Zucker drin ist. Da sind Füllstoffe drin. Mit meinem Produkt kann man sich eben seine eigenen Fitnessriegel machen. Man kann auch Sachen hinzufügen. Die Entwicklung hat schon lange gedauert. Wir haben immer mal ausprobiert, neue Zutaten verwendet. Also so drei, vier, fünf Monate hat es schon gedauert. Erstmal habe ich natürlich alle Versuche ausprobiert. Dann aber natürlich meine ganze Familie, meine Schwester, meine Eltern. Erstmal soll es jetzt daran gehen, weitere Plant Break Fertigmischungen zu kreieren. Wenn ich die gebacken habe, was so ein- bis zweimal pro Woche passiert, dann sind die auch so am übernächsten Tag spätestens weg. Mein Lieblingsrezept mit den Plant Break Mischungen ist Genuss. Wenn man dann noch ein bisschen Datteln und Walnuss hinzufügt, das ist wirklich mein Favorite. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Es war's. Untertitelung des ZDF, 2020